Die große Frage ist, wie können Menschen wie du und ich trotz ADHS ein erfolgreiches Leben führen? Dazu gehört Konzentration und Lernen, Selbstorganisation und Gelassenheit. Ich bin Elias Münzen und gebe dir hier die Antwort. Willkommen in der ADHS-Success-Show. Warum die Welt ohne hochsensible Menschen kaputt gehen würde. Hey ADHS-Athleten und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute schauen wir uns mal das spannende Thema Hochsensibilität an. Denn die Nicole wollte das ja wissen und wir haben in der letzten Podcast-Folge da auch aufgehört. Und zuerst mal ein paar spannende Fakten. Ca. 15-20% der Menschen sind tatsächlich hochsensibel. Die Anlage zur Hochsensibilität besteht von Geburt an. Und diese Menschen sind einfach extrem empfindlich. Das heißt, im Vergleich zum Durchschnittsmenschen nehmen hochsensible Menschen innere und äußere Reize besonders stark wahr. Das heißt also, sie nehmen alles intensiver wahr. Doch nicht nur intensiver, sondern auch detaillierter. Und sie nehmen viel mehr Informationen auf einmal auf. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass hochsensible Menschen einen schwächer ausgeprägten Wahrnehmungsfilter haben. Das heißt, sie können störende Reize fast nicht ausblenden. Das kann auch wirklich überfordernd sein. Zum Beispiel laute Geräusche, helles Licht oder verschmutzte Luft, unangenehme Gerüche. Druck oder Reibung auf der Haut verursacht einfach extrem viel Stress bei diesen Menschen. Deshalb geraten sie auch früher in einen Zustand der Reizüberflutung oder der Überstimulation. Auch sind sie leichter zu irritieren und zu verunsichern. Aufgrund der Reaktionen von ihren Mitmenschen. Zum Beispiel, wenn jetzt Leute zu dir sagen, wieso bist du so empfindlich, was ist denn jetzt schon wieder los. Und dann entstehen auch oft Selbstzweifel und man fühlt sich natürlich ausgegrenzt, weil man sich anders vorkommt. Was ist jetzt der Unterschied zu einem ADHSler? Hochsensible Menschen können sich an ruhigen Orten, also wenn sie ganz alleine sind und entspannt sind, sogar extrem gut konzentrieren. ADHSler hingegen nicht. Das heißt, wenn du ADHS hast, kannst du dich auch mal fragen, wie ist es denn an einem ruhigen Ort? Kann ich mich da vielleicht sogar extrem gut konzentrieren? Dann kann eine Wahrscheinlichkeit bestehen, dass du vielleicht doch hochsensibel bist. Zudem ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass beides vorhanden sein kann. Also da musst du einfach in dich hineinhören. Vielleicht findest du dich jetzt wieder. Wir sprechen jetzt so ein bisschen über die positiven Eigenschaften. Und dann kannst du ja einfach mal deinen Arzt fragen oder dich noch mehr mit der Materie auseinandersetzen. Und dann kannst du das natürlich herausfinden. Warum würde die Welt jetzt ohne hochsensible Menschen kaputt gehen? Es ist so, dass diese Menschen sogar die kleinsten Details wahrnehmen. Und wenn man sich mal überlegt, was passieren würde, wenn zum Beispiel ein Ingenieur die Details beim Flugzeugbau vernachlässigen würde, wird die ganze Lage schon klarer. Diese Menschen sind auch sehr gewissenhaft. Und ich finde, die Gesellschaft ist teilweise so skrupellos und betrügt zum Beispiel die Partner. Und die Beziehungen werden immer oberflächlicher. Und wir brauchen mehr Gewissenhaftigkeit. Sie sind zuverlässig. Wenn man immer verletzt wird, verliert man das Vertrauen in die Mitmenschen. Und man wird auch selbst egoistischer, weil man keinem Menschen mehr vertrauen kann. Diese Fähigkeit ist deshalb extrem wichtig, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Langfristiges Denken. Wir bauen zum Beispiel Atomkraftwerke, weil sie kurz Strom produzieren. Jedoch denken wir nicht nach, wo der Müll überhaupt hin soll. Die Welt würde kaputt gehen. Feinfühligkeit. Wie oft werden Menschen grob behandelt und gemobbt, ohne dabei zu merken, wie dies Menschen zu Suizid bringt? Obwohl es für die meisten Menschen Kleinigkeiten waren, haben diese Kleinigkeiten eben doch eine große Wirkung. Ausgeprägte Intuition. Oft lassen sich Menschen von Politikern täuschen und manipulieren. Doch wer auf sein Herz hört, kann die Welt vor Diktatoren bewahren. Kreativität. Das bedeutet, neue Dinge zu schaffen, an die keiner gedacht hat. Henry Ford erfund zum Beispiel das Auto, während alle anderen noch Kutschen benutzten. Einfühlungsvermögen. Viele Menschen sind so egoistisch, dass sie die Sichtweise von anderen Menschen nicht verstehen. So entstehen zum Beispiel blutige Kriege. Und der letzte Punkt, Verantwortungsgefühl. Diese Menschen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und fragen sich auch, welche Auswirkungen ihre Taten auf andere haben werden. Ich hoffe, ich konnte diese Frage beantworten und das Thema nochmal aufschlüsseln. Es ist etwas abstrakter, obwohl es natürlich schon was mit ADHS zu tun hat. Wir hören uns dann natürlich beim nächsten Mal. Ciao.